New Town, also ich kann ja hier mal meine Klasse sagen oder zeigen, ich spiel die Sky Age mit der Goldtarnung natürlich, im Aufsatz habe ich Schaft, Schaft und schnelles Magazin, extra 1 Hardliner, Kugelsichere Weste, extra 2 Tätigkeit Plünderer, extra 3 habe ich nichts und natürlich das C4. Oh moin, C4 am Stüssel. Mit welcher Klasse spielst du? Ich spiele Skorpion Ivo mit Schnellfeuer, Zielsucher und dem Langlauf für die hohe Präzision natürlich, dann Perks spiele ich gar nicht, brauche ich gar nicht auf jeden Fall. Warte mal schnell, warte mal schnell. Playmore. Synchronisieren. Und dann spiele ich Schild. 5, 4, 3, 2, 1. Ne, also ich spiele die AN mit Kugelsicherer Weste, Hardliner, C-Kite und wie heißt der andere Scheißler. Ja, habe ich glaube ich schon, ja, Klünderer. Dann ein kleines C4 und aufsetzen, glaube ich, schnelles Magazin und Schaft. Ich denke jetzt mal, das Game wird es ziemlich, also das Game könntest du jetzt auffüllen zum 2, 1. Ja, ich mag Nuke Town auch ziemlich eigentlich. Ah, da reiße ich immer meine Hunde. Ja, klar, ich kille mich selber. Es macht doch nichts. Mann, ich sterbe. Es ist doch gar nicht so schlimm, wenn ich mich die ganze Zeit selber kille. Es macht mir doch nichts. Du führst. Ich bin einmal durch mich selber gesch... Nein, nein, Mann. Mann, da sind 20 Leute und Nuke macht jetzt eh wieder ein Quad-Feed draus. Turn on! Oh mein Gott, ich sterbe. Oh! Digger, du führst. Ja, ich habe glaube ich einen Wahnsinnsabschluss gerade gemacht. Überlebender, blutrünstig. Überlebender. Wahnsinnsabschluss. Jungs, ein Wahnsinnsabschluss. Nein. Nuke, warum holst du denn so schnell auf? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich glaube, das könnte echt eine hohe Gunstreak werden. Non-Evil, also. Ich will mich dann nicht auf zu viel verlassen, ne? Also. Aber ich glaube wirklich. Oh mir, meine Freunde. Jawohl, Nu. 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 Zornabschluss. Vierer. Ja, die Lappen quitten. Ey, Nu. Bitte hör mal auf, so scheißend dreckhaft zu spielen. Skrupellos. Jetzt, wenn du jetzt eine Nuklearche machst, ne? Nein, Remington kommt von hinten, Alter. Ich war skrupellos. Guckst du dir an, der macht. Mhm. Mhm. Ich hasse diese Remington-40s, Alter. Hast du, Arby? Nee. Pumpe. Oh mein Gott, das sind drei Leute. Du solltest sie jetzt langsam aufholen. Jawohl. Alter, die Leitung. Hast du jetzt auch, Arby? Nein. Ich sterbe immer kurz vor. Ich fühle mich ziemlich offensiv gerade. Kein Problem. Ja, Nu, warum führst du denn? Nein. Ja. Ja, nicht nein. Krasse Killcam auf jeden Fall. Den einen hätte ich auch noch, die zwei hätte ich auch noch geholt. Bubbles, du musst dich mehr anstrengen. Mhm. Ich hab gleich Arby. Genau, Arby ist zu schön. Nuke, fick dich. Ey, klar, Nuke. Bei dir haben sie keine Kugelweste, oder wie? Mann, und dann holt er mich mit der Pumpe. Ich dachte schon, Frogs hätte sich angeschlossen. Und, oh, okay. Oh, gut. Wie sie alle rausgehen. Ich werde dir... Wie sie alle rausgehen, ey. Wie sie alle rausgehen. Ja. Tut uns leid, dass sie immer wechselt zum neuen Haus, aber das können wir ja nicht bestimmen. Jawohl. Neue Gegner. Ja, das war's. Neue Gegner. Ja, aber... Ach, leck mich doch am Arsch. Mann, Alter. 3-0 für mich. Bubbles. Ja. 3-0. Da muss ich nicht mehr anstrengen, ey. Oder wollen wir das Gameplay nicht nehmen? Doch. Okay. Wie du willst. Mann, Alter, ich gewinne noch so. Woll machen, es geht bis 10. Wir nehmen jetzt 31 Minuten schon auf. Dann habe ich ja gar keine Zeit mehr, es zu gewinnen. Warum? Ja, 40 Minuten, ey, so sind ja locker easy noch. Mindestens 30 Minuten sind noch drin für... Zwei Games. Ja, okay. Wenn jetzt schnell geht, dann können noch drei Games drin sein. Alter, das sind Abfucker. Ich freue mich schon drauf. Erstmal synchronisieren nochmal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Du weißt, warum ich synchronisiere, oder? Ja, weil du dann der Boss bist, ne? Nein, weil ich dann weiß, wo ich das... Damit ich es dann einfacher zusammenschneiden kann. Also nicht zusammenschneiden kann, sondern die Tonspur so hinlegen kann. Weißt du? So, bitte. Jesus Maria. Oh, Mann. Okay. Hm? Oh, mein Gott. Hey, gib mir eine Kugel. So. Alter, gib mir eine Kugel immer. Ja, warum nehmt ihr denn den hinteren zuerst, Mann? Oh, mein Gott. Alter, ja, fucker. Hey. Ja, warum hab ich denn... Ja, warum hab ich denn... Oh, Mann. Mann, warum kommt der 2 in dieses Auto, ey? Es regt mich einfach auf. Warum kommt der jetzt von hinten? Ist er behindert? Ja, klar zünde ich nicht, C4, Mann. Das ist ne richtige Rage-Runde, ne? Ich könnte echt rausgehen. So geht's mir bei der Runde. Ich wär schon langs rausgegangen. Ja, Mann, ey! Ich schwör, nach dem nächsten Tod bin ich weg. Wenn ich jetzt kein Kale mache, ne? Ich bin dann einfach weg. Was ist fail? Nichts, nichts. Ja, beherrscht uns, Alter. Richtige Dominas sind das hier, Alter. Der war 8 Games gewonnen hat, er hat... Der war 8 Games gewonnen hat, er hat... Er hat gewonnen. Wir könnten aber auch mal ne Serie starten. Wenn man verliert, muss man irgendeine Wette machen. Also der immer... Das K... Ich hab keine Lust mehr. Nö. Nö, nö, nö. Oh mein Gott, mit Schockladung. Iiiiih, Konterdrohlen. Nein, Mann! Ich quente gleich schon wieder. Weil diese Gegner einfach so erbärmlich spielen. Oh mein Gott. Schlägt, äh, schluckt ein ganzes Magazin. Äh, Hedlitsch, wie so ne Pussy. Ja klar, ein ganzes Magazin mit Hitmarkern, genau. Sonst noch irgendwelche Wünsche. Tschüss. 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 Komm zu C. Hedlitsch. Boah. Nuller Prezi. Kein Hitmarker. Alter. Hedlitsch. 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 Sie sind echt Vorbilder für die CoD-Community. Sie sind echt Vorbilder. Sie wissen aber nicht dass es erbärmlich ist. Sie wissen es einfach nicht. Hier ist der Hund. Es ist, es ist, dass wir zündet einfach nicht, es zündet einfach nicht. nicht. Guck das, C4 müssen jetzt sogar noch angeklungen kommen, da. Nee, ist es nicht. Nein. Der hat einen Orbitalsatellit. Man, ich hab keine Lust mehr. Hast du Konterdrohne oder sowas? Nee. Deutsche Abfucker. Mann, ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr. Ich mach jetzt einfach nur noch Selbstmord. Nein. Hör auf. Mann, es macht aber keinen Spaß, gegen so eine Gegner zu spielen, Mann. Mann, Mann, steh an deiner Nuller! Nee, ich zocke nicht mehr. Zocke nicht mehr. So ist es. Krass, die Bits. Oder wir sind es, die Bitsch. Die Bitsch. Ja, du machst das später, Mann, das Spiel. Vielleicht für mich da zu spielen. Wenn du kannst du nicht mehr. Ja. Du machst das später. Das ist mir nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Du musst nicht mehr. Nein. 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 Nein.